Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP, hier euer Ding am Start. Letztes Mal haben wir mit unserem Steinfreund geredet und der hat uns mal wieder gesagt, dass wir erstmal ein paar Challenges machen müssen, bevor wir hier überaus nice sind. Wir haben in der letzten Folge alle gecleared. Jetzt gehen wir zu unserem Steinfreund und sagen ihm, was er einen dicken Kopf hat. Und dann lässt er uns durch. Ja, so machen wir das. Ja. So, wir müssen unser Horn rausholen. Wir holen unser Horn raus. Ja. Aha. Jetzt pusten wir ihn an. Ich sehe dich. Natürlich. Aber wir müssen uns für alle sein. Ja, ja. 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 In das Wasser... und tauchen. Ich will einfach nur... Ich hasse Wasserlevel, ich hasse Wasserlevel. Ohne Wind, das ist... Ich weiß nicht. I don't like Waterlevels. Ich habe schon in Mario gehasst und ich habe es in jeglichen anderen Spielen auch gehasst. Wasser und Fluglevel. Zum... Kotzen einfach. Ah, okay. Ah, warte erstmal mit dem Geber angucken. Hier ist nix, hier ist nix. Oh, okay. Entspannend. Da müssen wir auf jeden Fall schon mal hin. Was sieht denn hier so aus? Ah... Nein, nein, nein. Nein! Oh mein Gott, ich wollte es so cool machen. Ich wusste, dass da so ein Ding ist, aber ich wollte es so... Ja, ich gehe da jetzt chillig hoch, spring so da dran und dann nach links und dann bin ich safe, aber dann doch nicht. Da hat der gesagt, nein. Not today. Okay. So. Da oben ist hier eigentlich... Das macht ja keinen Sinn, da dran zu springen, oder? Oder muss ich da dann doch nochmal hin? Nein, eigentlich nicht, oder? Egal, erstmal gehen wir zu unserem Freund. Damit wir hier so ein Safe Point haben. Hallo. Mal gucken, was der uns anbietet für Level 3. Ah, das sind nämlich Kerne und so ein Scheiß. 1 1 Es gibt gar nichts für Stufe 2. Egal, wir haulen uns das. Wir machen mehr Damage. Wir kaufen uns. Das nochmal, dann kaufen wir uns das. RB Kaufen das. Kaufen das. Dann kaufen wir uns das. Dann haben wir noch 700. Okay, fuck it. Wir haben richtig fett eingekauft. Ah ja, tot's auch. Okay. Jut, 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 bisschen Ambus fort, cool. Okay, da ist ein Tor, hier ist ein Vogel, hier leuchtet irgendwas, anfassen! Du, wenn du die Sende jemals wieder benutzen möchtest, dann solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Ultan. Du kennst mich also, aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der schwarze Hammer. Du bist es. Mach was du willst, aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Der, dort im Dreck, ist weitaus der einfachere von uns beiden. Oh. Wow, Schimmer. Ich muss kurz klarkommen. Kann ich den mal anvisieren? Vielen Dank. Nein, nicht da ist! Wow, okay. Okay, das bringt auch nichts. Diese Klinge, die du da hast, ist nutzlos gegen ihn. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Ja, die wäre. Kannst du mir irgendwie weiterhelfen? Vielleicht muss ich ja den blocken. Ich kann's... Das war nicht der Plan. Ich wollte ihn blocken. Seinen Angriff. Ne, das wird's... Ah, Autos. Ja, das hat schon mal... ...n kleinen Effekt gehabt. Du wirfst den Glas nach Steinen, Junge. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, so, aber ich glaube, weil hier sind ja Autos in überall. Das war unfair. Das war übel unfair. Ich hab' mich verdrückt, Mann. Die Klinge ist groß. Aber ich bin größer. Mann, das sind alle Autos. Ich weiß echt nicht, wie ich an diesen... Was machen wir noch? Du wirfst mit Glas nach Steinen, Junge. Nein, Mann! Du wirfst mit Glas nach Steinen. Ja, und was soll ich machen, Alter? Du stinkst. Ich bin mal so ein Vogel jetzt. Vielleicht hat er irgendwo eine Schwachstelle. Das ist ja nicht, glaube ich. Das sieht nicht so aus. Ah, Vogel! Get down! Ich muss dich in echt irgendwo... Ja, das muss ich für dich machen. Beeindruckend! Das ist seit Jahrtausenden nicht mehr passiert. Einhundert Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Das sah geil aus. Die Gerechtigkeit kann warten, bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einen nichts angehen. Na los, fliegt davon, Täubchen! Sonst rupfe ich euch! Blasphemie! Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt. In einer Schlacht, die dich nichts angeht! Hahahaha! Bitte! Bitte! Erlaube mal! Boah! Jetzt wäre der Baller-Tänke! Das kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört! Duck dich lieber! Krass. Der ist so ein geiler Mann. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Lass die Federn fliegen, Junge! Stieg frei! Das nützt nichts. Ja, was müssen wir machen, ist die Frage. Wir müssen nicht nachgeben! Dein Ende ist klar! Ja, mach doch noch mehr Damage, Alter! Übertret doch deine Rolle komplett mal wieder! Ach, wer mehr tötet oder was von den Typen? Ich hab einen. So, ich zwei. Glaube ich. Oder? Ja. Ah! Ich verstehe nicht ganz, was ich tun soll. Der Kämpft dahinten! Dein Ende ist nah! Ich weiß nicht, ob ich weglaufen muss oder ob ich die töten muss. Ich töte die jetzt einfach erstmal, bis ich sehr low bin. Schau's ab, Zeugchen! Schau's ab, Zeugchen! Hier drüben, Fremder! Ja, 7 zu 4, Brau. Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier. Erinnerst du dich? Der ist jetzt unser Friend oder was? Ich bin doch durch. Kann ich nochmal durchgehen? Hierher, verdammt nochmal! Ich bin doch da! Nein! Das war der falsche Knopf! Oh Gott, ich wollte gebatteln! Ich hätte die gebattelt. Ich hätte die gebattelt. Ich hätte die auseinander. Wo sind die anderen? Ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr Zeug. Ah! Mit dem Hammer kann man die Eistlinge kaputt machen! Gut zu wissen! Das heißt, wir kriegen später den Hammer! Yes! The Hammer of Destruction is incoming! Und sie Mira als Team. Eine Elfmflachung braucht eine Füllung. Hau ab, Täubchen. Süß auseinander. Ah, ich lass dich auch gewinnen! Ich lass dich auch gewinnen! Wuh! Alter, das ist meins, Bro Wo ist noch einer? Komm mal Auch meiner Das funktioniert nicht Oh, das hilft mir Spasst Hängt Verdammt Os, mach das auf Was? Worauf wartest du denn noch? Ja, du hast dir das Tor auf, machst du Spasst, Alter Danke Oh, dat find ich nice Dat nehm ich Wo sind die Gegner Wo sind die Gegner? Da sind sie ja Wieso habe ich jetzt noch die Damage bekommen Von was habe ich so nicht gebraucht Oh, was macht meine Oh, mein halbes Leben verloren wegen nix Das ist auch da noch mehr Ja, einfach alle auseinandernehmen, easy Wir wollen einfach nur mehr kills als der, weil sie cooler sind Ich glaube, dann kriegen wir bestimmt irgendwas geschenkt von ihm und er dann sagt, boah, ihr seid so gorgeous, alter. Ah, der ist auch drin. Gut, gut, einfach weiterlaufen, laufen, 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 laufen. Oh, hier sind wir halt so viele Sachen, die man... Hier drüben, Fremder! Nice. Naja, ihr werdet nicht nachgeben, ich weiß. Meine Hissen brauchen eine Füllung! Aus mir, hier! So, wo ist der andere? Ist hier noch einer? Nein. Gut. Ne, Ben. Ah, da oben ist noch einer. Sweet, Sweet Lemonade. So, das war's, oder? Meine Hissen brauchen eine Füllung! Oh, fuck. Und jetzt mal eine Kopchnus und jetzt schön wieder in die Brust reinhauen. Watz, watz. Nochmal. Nice. So Ich weiß nicht Ich komm Ey, voll gut Ja, wo soll ich jetzt hin? Ich glaube ich muss warten, oder? Ich muss zurücklaufen Ah, hier Okay Ich hab nichts gesagt Was für coole Waffen haben Richtig futuristischer Engel hier Jetzt auf dem Boden mit dem Strom Nice Vergeltung Drücken sie ihn um schnelle Schüsse Oder halten sie echt hier um starke Bischer Ja, geil, alter Warum geht das nicht kaputt? Meine Kissen brauchen eine Füllung Dauerfeuer 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 ist das Beste Zur Seite warten Ich muss hier durch Wie geil ist das denn? Wir haben einfach so eine richtige Basuka, Mann Frisch Counter-Strike hier Obwohl es bei Counter-Strike keine Basuka gibt, doch egal Bum, 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 bum Bum, 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 bum Dauerfeuer Füllung hinzu Tabac ''ativa'' Wir werden nicht nachgeben Wir werden nicht nachgeben H 다 Für die Höllenwache ZEUGH Wuuuuh Dauer vorher in the morning Dauer vorher auf Nerf nicht So, der ist aufgerrackt Jaja, der kriegt einen Ball ab Und der kriegt einen Ball ab 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 Wie viele sind das denn noch, Alter? Ich hab keinen Bock mehr hier rumzuschießen Ich will die jetzt wieder racken, Alter Mit meinen Pinnenschwerden, ey Mit einem pinziösen Superschwerden Okay Das ist pure Angeberei Ich brauch jetzt mal Leben, Alter Kann ich das Ding jetzt wieder wegwerfen, Alter? Boah Wieso? Noch ein Chicken Ahem Achtung Hier drüben, Fremde Vielen Dank Für die Blumen Wir werden nicht nachgeben Ah, ich könnte das Ding aber wegwerfen Wuuuh Sagt's doch gleich Wuuuh Wir sind schon voll über der Zeit, Alter Das ist aber nicht gut Ah, ja, was sollen wir machen, Alter? Wir müssen das hier jetzt noch Fennig spielen Ah, die fünfte Mütchen, Alter Kann man auch mal über der Zeit sein Alter Alter, fuck, 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 Leute, fuck Wir müssen uns kurz sammeln Meine Kissen brauchen eine Füllung Hm, wie machen wir das jetzt allerdings? Gar kein Leben und sogar auf irgendwo eine Lebenskiste Ich glaube nicht, ne? Scheiße, Mann Boah, das war knapp Boah, komm schon Boah, komm schon Wenn wir jetzt hier irgendwie ne chillige Cutscene haben So, nicht so diese Schwasten, die mich hier abwacken Okay, ich glaube Das wird noch, noch ein bisschen länger dauern Weil wir kommen einfach hier zu keinem Punkt, wo wir mal chillen können Und jetzt sind wir wieder runtergefallen Okay, gut Dann Wenn nicht, machen wir hier kurze Pause Dann Vielen Dank fürs Zuschauen In der nächsten Folge Schnitzeln wir die Lappen dann wieder weg Wow, haben wir viel Leben Muss ich ja sagen Ist ja Hammer Okay, egal In der nächsten Folge Oder Ja, in der nächsten Folge Gucken wir, wie es weitergeht Haut rein, Mist dann Entschuldigung, ich mach es nicht